Würden Sie nicht gern voller Selbstvertrauen offene Schuhe tragen? Barfuß am Strand laufen ohne Hemmungen? Bekämen nicht gern mehr Umarmungen, Zärtlichkeiten von Ihrem Partner wegen Ihrer geschmeidigen, makellosen Füße? Jetzt geht das mit dem tollen PediWiz, ein unglaublicher, batteriebetriebener Hornhautentferner mit mehr als 500 Präzisionsmikrofeilen aus rostfreiem Stahl, die sich mit mehr als 750 Umdrehungen pro Minute drehen. Das ist wie Pfeilen mit Ultraschallgeschwindigkeit. Mit PediWiz wird man hässliche, peinliche Hornhaut schnell einfach los. Normales, aggressives Pfeilen ist mühsam, kann Haut verletzen, aber PediWiz Präzisionsmikrofeilen mit Hochgeschwindigkeitsrotation entfernen Hornhaut in mikrofeinen Schichten. Speziell so konstruiert, dass nur die raue, obere Hautschicht entfernt wird. Gesunde Haut darunter bleibt intakt und versehrt. Sehen Sie, so sicher nicht mal der Luftballon wird beschädigt. Unglaublich! Verwenden Sie PediWiz für Ihre Zehen, Ballen, seitlich am Fuß, besonders für die Fersen. So sehen Ihre Füße und der restliche Körper mühelos, geschmeidig, sexy, schön aus, fühlen sich auch so an. Entdecken Sie die Freude, das Selbstvertrauen, wie man sie dank wirklich schöner Haut hat. Jetzt können Sie jeden Schuh tragen, ohne dass es peinlich ist. Selbst voller Vertrauen barfuß gehen. Sie werden das Gefühl lieben und er auch. Sie erhalten PediWiz das Mikrofeilenblatt aus rostfreiem Stahl, die Mikroderm-Abrasionshalterung mit sieben hautglättenden Pads und die praktische Reisetasche. Holen Sie sich PediWiz! So sehen Ihre Füße und der restliche Körper mühelos, geschmeidig, sexy, schön aus, fühlen sich auch so an. Aber es war stetskampion jouer. So sehen Sie sich PediWiz. So 50 기억